so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen smashing news folge die sehr kurzfristig entsteht denn es kam jetzt die neue roadmap heraus und ein video das ich jetzt hier euch mit mit euch gemeinsam analysieren möchte zum thema spirit of steam vorher gibt es noch ganz kurz was anderes aber dann geht es direkt los mit dem thema viel spaß dabei so und das thema das hier in diesem video nichts mit spirit of steam zu tun hat ist trotzdem ein sehr spannendes denn hier ist diese die liste von aktuellen operators also sagen wir mal betreibern die es erlauben ihr logo im livery designer zu benutzen das heißt bald ich weiß nicht ob das im nächsten oder übernächsten update oder sowas kommt werden diese logos von den von den betreibern die hier jetzt aufgelistet sind im livery designer dann nutzbar sein und es wird aber auch noch mit vielen partnern gesprochen das heißt diese liste kann sich jederzeit erweitern ich weiß ich hier steht nirgends deutsche bahn ich weiß hier steht nirgends s-bahn und so weiter heißt überhaupt nichts also das kann sich jederzeit wieder ändern beziehungsweise erweitern diese liste und die deutsche bahn ist ansonsten auch immer sehr kooperativ was sachen nutzung und so weiter angeht also ich denke doch dass da bestimmt noch irgendwann das deutsche bahn logo auch noch mit dazu kommt aber stand jetzt und ja zunächst mal werden eben diese sachen dann kommen als logos im livery designer und mehr ist aber jederzeit möglich so kommen wir zu spirit of steam so kommen wir zu spirit of steam da möchte ich gar nicht so viel am anfang dazu sagen und wir gehen direkt in die analyse des videos das auf youtube veröffentlicht wurde nur noch mal kurz hier sind noch ein paar screenshots die wollte ich euch nicht vorenthalten und ich finde da sieht man schon dass das eine richtig coole sache glaube ich wird also allein schon von der grafik und wenn es sich dann auch noch irgendwie gut und sinnvoll bedienen lässt dann kann das glaube ich eine sehr sehr coole sache werden also die screenshots hier wollte ich auch nicht vorenthalten und jetzt schauen wir in den trailer let's go hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen video ich weiß gar nicht ob ich das smashing news nennen möchte oder sonst was ich habe mich spontan einfach jetzt dazu entschieden ihr seht hier ich bin auf youtube und wir werden jetzt gemeinsam etwas analysieren und zwar kam gerade ein video raus auf dem offiziellen kanal von train simulator also der kanal heißt train simulator das ist der offizielle kanal von daftal games über train world und train simulator eben und da kam jetzt ein teaser trailer zu spirit of steam und den werden wir jetzt hier mal durchgehen wir schauen uns erst ihn erst mal einmal komplett an ohne ton natürlich denn keine ahnung ob diese musik darin verwendbar ist wir gucken uns einfach jetzt mal so kurz an let's go das also zum trailer und jetzt gehen wir das mal bild für bild durch wir haben hier am anfang so eine art halle das heißt es wird wie es aussieht eine abstellhalle sozusagen geben hier stehen dann schon mal drei dampfloks drin sieht auf jeden fall schon mal sehr sehr cool aus hier links unten liegt noch so ein ja so ein rad so ein rad pärchen sozusagen separat noch rum viel mehr gibt es hier glaube ich auch nicht zu sehen also wenn ihr jetzt hier in dieser analyse irgendwas seht was ich nicht sehe dann schreibt das definitiv unter die unten in die kommentare das fände ich dann nämlich auch sehr spannend so gehen wir weiter dass der nächste screen ist dann dieser hier da sehen wir wahrscheinlich vor dieser abstellhalle hier diese lokomotive stehen wir haben hier überall noch ein schwarz weiß filter drüber also in game wird das nachher natürlich alles bunt sein genau und hier sehen wir dann auch schon wie hier oben der dampf eben raus kommt dann switch das über auf den folgenden screen und zwar diesen hier hier sehen wir hier drin unten so ein bisschen das feuer brennen zwei menschen die hier arbeiten einmal rechts eine person und links was jetzt wir davon für aufgaben übernehmen oder ob der eine nur anfeuert und der andere die schalter umlegt werden wir alles abwarten müssen weiß ich nicht wie gesagt ich habe jetzt hier gar keine informationen oder sowas wir gucken uns nur dieses video an ich weiß auch nicht mehr als als ihr hier jetzt auf den bildern sieht auf jeden fall sehen wir hier dass es auf jeden fall glaube ich sehr gut umgesetzt ist ohne dass ich jetzt weiß wie eine dampflok und speziell diese dampflok von innen im cockpit im führerstand aussieht aber hier sind einige kabel einige schalter so stelle ich mir das eigentlich vor also das wird schon so passen dann gucken wir weiter genau hier wird dann das bild langsam bunt glaube ich genau da sehen wir das ist eine dame die sich wahrscheinlich ums feuer kümmert das sieht jetzt hier ein bisschen merkwürdig aus muss ich sagen aber das kann auch einfach an diesem kleinen ausschnitt hier liegen so jetzt schnell gesehen sah es jetzt gar nicht mal so schlimm aus vielleicht lag es einfach nur daran wie ich gerade posiert habe hier sehen wir das ist die ich habe es mir da jetzt gemerkt dass die die grün gefärbt ist diese lokomotive die ist dann eben für den personenverkehr und ich habe geschaut also hier im hintergrund sehen wir wahrscheinlich wieder dieses depot dass wir eben von innen gesehen haben aber mehr gibt es ja auch nicht dazu zu sagen und im nächsten schritt schauen wir uns jetzt quasi mal das nächste bildchen an und da sehen wir nämlich das cockpit mehr oder weniger den führerstand eben und ich bin sehr gespannt wie sich das dann anfühlt so eine dampflok zu fahren in trains in world das macht bestimmt auf eine ganz andere art und weise wie wir sie bisher in diesem spiel noch nicht hatten spaß also kann ich mir schon gut vorstellen selbst mit controller wird es wahrscheinlich eine coole sache werden und einfach mal was anderes auch vom gefühl wie das ding dann anfährt wie es bremst was es für geräusche macht die ganze ästhetik da bin ich sehr sehr gespannt drauf und jetzt sehen wir hier im nächsten bild auch noch mal das müsste die schwarze sein die güter lokomotive wir sehen hier so ein bisschen szenerie die sagt jetzt allerdings nicht viel aus also ich sehe jetzt hier auch nichts besonderes neues dahinten dampft es ein bisschen weiß nicht ob das eine lok ist oder einfach irgendwie vielleicht ein schornstein kann ich jetzt kann man sie nicht erkennen aber ich glaube so an sich kann das schon als ist die das die fahrzeuge sehen einfach wieder unglaublich klasse aus also das kriegen sie immer wieder aufs neue hin im nächsten bild sehen wir hier noch mal den führerstand von innen und da sehen wir auch hier links unten also das sieht so aus wie sowas in richtung ente oder käfer an auto und dieser bus hier also dass die autos scheinen auch natürlich sinnvollerweise der zeit angepasst zu sein genauso wie natürlich die gebäude und so weiter an mehr können wir oder viel können wir jetzt hier an der szenerie allerdings auch nicht irgendwie spannendes erkennen dass da irgendwie was mega grandioses neues dabei ist wurde aber auch nichts angekündigt ich achte jetzt aber ich versuche gerade hier nur ein bisschen auf den hintergrund zu achten ob es da nicht doch die ein oder andere spannende sache gibt spontan fällt mir da nichts auf auch hier innen wie gesagt ich kenne mich dazu schlecht aus um das mit der realität zu vergleichen aber grafisch ist es natürlich auf james world zwei level das sieht man was dann da jetzt für ein hebel funktioniert und welcher nicht und wie und was er bewirkt kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen aber ich glaube das ist ganz cool wir sehen hier unten rechts der ofen ist zu in dem fall also das sind glaube ich die die türchen für den für den ofen dahinter also fürs feuer genau das sehen wir hier ein bisschen länger und dann genau switch es über auf diese sequenz wir können das ja noch mal durchdringen hier sehen wir dieser hebel wird umgelegt von on auf öff also hier wird es quasi wahrscheinlich gerade der zug abgestellt wobei er fährt dann hier los genau hier sehen wir jetzt die passagiere die ist jetzt hier auch nicht so krass irgendwie irgendwas besonderes zu erkennen aber die werden sicherlich auch zeitgemäß dann aussehen und ja dann sehen wir hier da sind so rot angehauchte wagons sozusagen jetzt dreht mein pc gerade sein lüfter hoch ich hoffe es ist schon wieder ist schon wieder vorbei ich wollte gerade sagen ich hoffe das macht nicht zu viele geräusche aber er hat schon wieder aufgehört genau hier sehen wir plattform zu keine ahnung was das jetzt für ein bahnhof ist da bin ich leider überfragt aber wir werden das alles noch früh genug mitbekommen auf jeden fall beeindruckt mich das hier schon und hier unten düst eben diese güter dampflok vorbei finde ich sehr cool mit dem dampf und wir sehen wir werden hier so geschlossene wagen haben offene tieflader wagen sozusagen ich kenne die offiziellen begriffe dafür nicht und hier noch so wahrscheinlich sowohl in grau als auch in braun irgendwelche schüttgut wagen schätze ich mal sind das oder auf jeden fall offene güter wagen hier so ein bremswagen gibt es auch noch also auf jeden fall scheint einiges dabei zu sein auch hier die szenerie sieht super aus also alles auf train symbol 2 niveau allerdings auch nichts außergewöhnliches hier hinten sehen wir so ein bisschen dient die signale die ja auch neu sind natürlich entwickelt worden für diese strecke und das finde ich persönlich am coolsten ich finde auch der dampf also hier einfach diese dieser zug hier drüber fährt also das schauen wir uns noch mal ganz kurz an das sieht doch irgendwie sehr sehr cool aus oder also das finde ich finde ich kann sich auf jeden fall sehen lassen das wollte ich hier nochmal so einen schönen also bewegungsunschärfe war auf jeden fall an als diese trailer aufgenommen wurde aber trotzdem können wir ja hier genau den zug in action sehen ich glaube also das sieht schon sehr sehr cool aus ich glaube das könnte auf jeden fall sehr viel spaß machen damit rumzufahren so und dementsprechend arriving soon also lange wird es nicht mehr dauern es gibt allerdings noch nichts offizielles außer eben soon ich denke wir können uns darauf freuen ich hoffe ihr freut euch genauso wie ich wenn nicht dann nicht ja ich hoffe ich hat das video format gefallen ich dachte mir einfach kommen ich zeige euch schnell den trailer ich habe gesehen der wurde gerade hochgeladen warum sollen wir den nicht gemeinsam mal kurz angucken und auftröseln wenn es euch gefallen hat genau dann teilt mir das gerne mit wenn es euch nicht gefallen hat teilt mir das auch gerne mit so und das war es auch schon mit der heutigen news folge ich hoffe euch hat es gefallen war natürlich ein bisschen ein anderes format mal mit dem analyse video und ja deswegen bis zum nächsten mal und macht's gut ihre nächsten anschlüsse das neueste video oder ein anderes video das dich interessieren könnte direkt gegenüber